Ja Leute, bevor das Video losgeht, wollte ich noch einmal was sagen und zwar haben wir am Ende bei der Abmoderation habe ich irgendwie ein Wort vergessen zu sagen, deswegen klingt das da ein bisschen komisch und das Video soll zur Unterhaltung dienen und niemanden beleidigen. Viel Spaß! Was geht über Trader's Back und damit herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video und zwar erklärt er Justin euch jetzt, was wir in diesem Video vorhaben. Ja also wir machen jetzt mal einen Telefon-Prank an irgendeinem Hotel, was ich gerade im Internet gefunden habe. Habe ich ja auf meinem Kanal schon so ähnlich gemacht. Und ja, ihr sagt mir immer die Wörter, John. Ja, und der Chris ist auch dabei, sag mal hallo. Hey, hallo. Und wir sagen jetzt abwechselnd Wörter und dann würde ich mal sagen, bis gleich. Ja hallo, ich hätte gerne mal ein Zimmer. Ja, ein Zimmer. Ja, das Problem ist, wir sind in den nächsten Tagen leider ausgebucht. Also, für wann suchen Sie denn ein Zimmer? Ist auch Frage. Hä? Für wann suchen Sie denn ein Zimmer? Äh, ja so ein Zimmer, wo ich meine Schwester, also meine Streaks mitnehmen kann. Nochmal bitte? Ein Zimmer, wo ich meine Streaks mitnehmen kann, also meine Schwester. Ja, aber für Wannsinn, für welchen Zeitraum. Versuch es irgendwie lauter machen. Also übernächste Woche wäre gut. Übernächste Woche sollte kein Problem sein. Also das wäre dann der... Da hättest du natürlich keinen Kalender dabei, doch Moment, warte mal. Übernächste Woche wäre der... Also in zwei Wochen. Ja. Jetzt... Also das wäre dann so um den 12, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Digga, der kommt mir so vor, als wäre das einer jetzt, der gerade auch ein Telefonverarsche macht. Ja, das könnte kein Problem sein. Da haben wir auf jeden Fall genug Zimmer frei. So, was suchen wir denn, ein Doppel zu machen oder ein Einzelzimmer? Ja, ja, damit ich meine Streaks mitnehmen kann. Ja, ja, ein Doppel. Ein Doppel? Ja. Mensch, ich schreibe das mal kurz aus. Ein Doppelzimmer? Ja. Ich verstehe Sie nicht. Dann... So, ob jetzt... Ab 12 und 4, wie lange? Drei Tage wären gut. Also bis der Orbi da ist. Drei Tage, okay. Ja, also bis der Orbi dann da ist. Okay, drei Tage. Ja, das würde gar kein Problem sein. Können Sie die Anfrage vielleicht nochmal schriftlich schicken, dann haben wir es auf jeden Fall. Wie kann ich das machen? Wir haben... Sie können das per E-Mail schicken. Ich habe leider keine E-Mail-Adresse, deswegen kann ich das nicht machen. Ja. Dann mach dir eine. Nein? Aber er sagt, du wirst dir eine machen. Nein, habe ich da nichts sehen. Geht das nicht. Okay, ähm... Gut, ähm... Chris sagt was. Ich schreibe mir Ihren Namen auf. Okay. Okay, dann notiert ich mir das erstmal so und gib das ein weiter... Just Division. Und er sagt die Irgend... Und er ruft nochmal an oder schreibt nochmal ein E-Mail. Ja, eine Frage habe ich dann noch. Ja, gerne. Ich komme vorbei. Ähm... Ich komme dann jetzt eben kurz mal vorbei, ne? Ist das in Ordnung? Wir können auch gerne vorbeikommen, wir sind geöffnet. Okay, gut, dann komme ich dann, ne? Okay, dann kommen wir als vierige hin. Ja, ich komme dann relativ schnell, aber nur zur Vorwarnung, ne? Ach, das ist ja kein Problem. Die können auch gerne nicht hier kommen, wir sind schnell geöffnet, also... Okay, aber dürfte ich dann vielleicht noch so ein paar Fragen wie mit den Zimmern und so hier klären jetzt? Ja, gerne, sicher. Ähm, ja, also wie ist das denn in den Zimmern? Ähm, also da stehen dann zwei Betten und was ist da sonst da so für Ausstattung? Ähm... Ausstattung? Ja, also... Das ist doch mal ein paar Wörter. Also wir haben Zimmer mit Badewanne oder mit Dusche, können sich aussuchen. Badewanne, da kann man besser spritzen. Je nachher ist das nicht besser gefällt. Okay, ähm... Kann man da auch damit im Wasser spritzen? Ja, natürlich, das geht's. Okay. Sag, du bist ein bisschen kindisch, tut mir leid. Ähm... Es tut mir leid, ich bin ein bisschen kindisch deswegen. Ähm... Achso, nö, das ist gar kein Problem. Ja, ja. Ähm... Und hätten Sie einen braunen Teppich? Ein braunen Teppich? Das weiß ich jetzt gar nicht. Du hast so'n Fetisch. Müsst du dich nachfragen. Ja, weil ich hab da so'n Fetisch, deswegen. Aber ich kann mir das auf jeden Fall notieren, dass wir das dann... Okay. Aber wenn... Weil es wäre wirklich gut, wenn der Teppich braun wäre. Ja. Weil wenn ich mir dann den Ar... Entschuldigung. Äh... Ja, wenn ich mir dann den Arsch drauf abwische, dass man das nicht sieht, deswegen. Okay. Ich bist halt im Teppich auch, du hast ein Fetisch. Muss ich gucken, ob wir es haben. Ansonsten... Ist halt so'n Fetisch, ne, deswegen. Ja, okay. Dann frag nochmal mit dem Fernseher und so. Ähm... Also Sie haben Fernseher und alles da, ne? Also kann man die Playstation mitnehmen? Okay. Also Playstation kann man alles mitnehmen und so. Natürlich. Das wäre kein Problem. Und da ist man es anschließend. Wie ist das mit der Leitung? Äh... Mit der Leitung und so. Internet und so. Weil Sie müssen wissen, ich hab... Natürlich. Standard und Internet haben wir auch da im Haus. Ja, was ist das für eine Leitung? Weil ich... Für Gaming brauch ich da schon was Gutes da. Oh, gute Frage. Gute Frage. Ähm... Also hoffe jetzt nicht so eine 1K-Leitung? Also ich weiß nicht, dass wir Wi-Fi im Haus haben, aber ich weiß jetzt nicht welche Leitung das ist. Okay, aber es ist nicht so eine 1K-Leitung, oder? Nein, nein. Ist schon was besseres. Okay, also kann man schon so einen 1080p Livestream machen. Ja, ja, natürlich. Natürlich das geht. Dann frag mal, weil ich hab die 500.000 Abonnenten vor kurzem erreicht. Ja, ich hab nämlich vor kurzem die 500.000 Abonnenten erreicht und deswegen... Da ist dann mir eine gute Qualität schon sehr wichtig. Achso. Ne, das ist kein Problem. Wir haben ein gutes Intent bei uns im Haus. Das geht alles. Okay. Sollen die ein Like da lassen? Wäre das geklärt. Eine Frage hätte ich dann noch. Das wäre dann die letzte auch. Ähm... Und zwar sollen die ein Like da lassen? Und frag, ob wir das hochladen dürfen. Ein Like? Ein Like? Ja. Das ist gar kein Problem. Kann ich gerne machen. Also eine Bewertung. Also ich meine, das ist bei ihrer Google-Seite da. Ja, das ist gar kein Problem. Ja, okay. Gut, dann sage ich das meinen Abonnenten dann, ne? Alles klar. Kommt dann im Video vor, ne? Also, gut. Dann, ja, gut, dann klär ich das dann noch. Komm ich nachher mal vorbei, ne? Alles klar. Okay, yo. Tschüss. Yo. Tschüss. Der hat das so gecheckt, dass du den verarschst. Der, ohne Witz, der hat das so hart gecheckt, dass du den verarschst, ne? Alter. Der hat das so hart gecheckt. Ich würde mal sagen, wenn euch das gefallen hat und wenn ihr mehr davon sehen wollt, so Pranks mit dem Justin und mit dem Chris. Der Chris hat jetzt nicht viel geredet, aber er hat jetzt auch zum ersten Mal ein Video gemacht. Ist ja jetzt nicht schlimm. Ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Ciao. Untertitelung. BR 2018